Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Extreme Activity, ich habe schon gesagt zu einer weiteren Erfolge, weil ich weiß, dass wir gewinnen, denn diesmal sind wir, Jay und Peter, in einem Team versus Christian und Brammen in dem anderen Team. Ich dachte gerade, du spielst dir noch eine Pöhrung. Two on two, wie letztes Mal, wo ihr auch so viel positives Feedback geschickt habt. Danke nochmal dafür, für die ganzen Daumen hoch, immer appreciated. Wie die Amis immer sagen. Das ist korrekt. I really appreciate it. I really appreciate it. Thank you very much, man. Aber diesmal komme ich voll durcheinander, wir haben das Ding ins Falsch rum. Das Spiel übersteht anders. Welche Farbe möchtest du? Okay, das ist ein Daumen hoch. Wir haben gewonnen. Jay ist völlig... Such du aus. Mir ist das Latten. Zu all diesen Farben habe ich überhaupt gar keine Frage. Du willst nicht lieber Blone? Definitiv. Das am wenigsten. Dachte ich mir. Okay, diesmal ist es so, dass deren Team grün ist und wir sind gelb. Wer fängt an? Komm, wir mal kurz schnick, schnack, schnock. Das machen wir. Schnick, schnack, schnock. Alles klar, wir fangen an. Moment. Ja doch, wir fangen an. Scheiß drauf. Ich fange einfach an, okay? Cool. Jetzt du das. Ja, ich muss doch. Das ist normal. Können wir das nochmal ändern? Wir hatten eigentlich vorher so... Was musst du machen? Hat du nie mehr? Gehst du da wieder? Ich geh wieder da. Ja, alles klar. Hat du nie mehr? Ja. Drei Stück? Also nicht extrem. Äh, drei Stück genau. Nicht extrem. Guck mal, der ist auch extrem. Ich bin da halt überlegen, wie ich's mach. Ja. Mach's mir geil. Okay. Oh, haben wir einen Timer? Ja, sofort haben wir an. Dann einen Timer. Okay. Ready when you are. Okay. Geben. Dann, äh, zäh runterbraten. Drei, zwei, eins, go. Trinken. Trink Flasche. Trinken. Flasche, Bottle, äh, Glas. Becher. Flaschenhals. Leertrinken. Leertrinken. Trink. 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 Trink leer. Trink. Trink waschen. Trink sauber. Trink. Trink Haaren. Was? Wasser. Trink Wasser. Ja. Ah. Danke. Okay. Tasche. Rot und Bund. Rot und Tasche. Hose. Tasche. Tasche ist das zweite Wort. Hefttasche. Lesetasche. Buch. Kiste. Truhe. Kiste. Dann war. Brieftasche. Also, Peter ist echt immer mit Leidenschaft dabei. Nein. Nein. Und ich mach ihn komplett fähig damit, weil ich halt keine Ahnung hab. Ich dachte halt so, dass das immer weniger wurde. Dachte ich so. Ja, dadurch wollte ich zeigen, dass es um das Getränk geht und nicht um die Flasche. Ja. Okay. Das geht um die Flasche. Ja, dachte ich halt auch. Tatsächlich hätte ich das rausgehabt, als wir das erst mal auf die Flasche gezogen haben. Das ist kein Spaß. Ich mach ihn so. Ich mach ihn so. Ich mach ihn so. Trink Flasche oder trink Wasser? Ich würde jetzt beides sagen. Einfach. Ja, der hat immerhin einen Punkt. War das andere? Nee, nee, nee. Doch, das konnte ich auch. Ja, das ist auch okay. Ja, aber. Das ist auch okay. Heftasche hat leider nicht geklappt. Ja, ich hab dich enttäuscht. Ah. Ja, hätten wir bestimmt noch besser gemacht. Extrem oder nicht extrem? Oh, das haben wir schon. Oh, nee, dann nicht. Nee, wenn wir nicht schmarten dann nicht. Weil das sind 3 Millionen Karten. 333 sind genau zu sein. Ich möchte zeichnen. Da war ich mit 3 schon gleich dabei. Du möchtest zeichnen. Gut, dass er nicht hingeguckt hat gerade. Da muss man jetzt ein bisschen mehr aufpassen, wenn man nebeneinander sitzt. Dass man halt seinen Kollegen quasi die Karte nicht zweigt. Das geht schon klar. Ich guck da vielleicht drauf. Okay. So. Wo geht's denn? Du musst jetzt drei Sachen zeichnen. Drei Sachen zeichnen. Okay. Also einen Strich trennt die einzelne. Ja, ich zeichne mit dir so rum. Okay, bist du ready? Ja. Drei, zwei, eins. Go. Dach? Nee. Was ist der? Stuhl. Sitzen. Was? Der sitzt da und sitzt da viel zu lange. Da sitzt ein Typ drauf. Ja, genau. Und der wird weggeschleudert? Schleudersitzen. Jawohl. Was? Was ist das denn? Blume. Topflume. Toppflanze. Das ist ein B. Abfallmensch. Frisur? Nee, geht's dir um die Frisur? Sonst hättest du nicht so krass gemacht. Poseidon. Fisch. Ähm. Ähm. Wie heißt denn der nochmal? Aquaman. Nee, ähm. Triton. Nee. Brüste. Meiofrau. Jawoll. Oh Gott. Ja, ey. So ne Meiofrau. So ne Meiofrau. Rasen. Besen. Nee, was ist das? Was? Vorbei. Ja, das wäre jetzt gewesen. Borstenvieh. Dafür hat die Zeit nicht fertig weg erreicht. Ja. Das ist die beste Meiofrau, die ich je gesehen habe. Die ist gut. Du musst das wohl noch hinaus wählen. Das war super. Meiofrau. Ja, reicht. Meiofrau mal ne Blaue. Ja, das geht aus. Okay, das hatten wir nicht. Extrem oder nicht extrem? Normal. Pantomime. Ah, okay. Pantomime. Pantomime. Nicht den Kumpel. Wirklich. Guck auf keinen Fall. Was? Als du gerade deine Karte rausgezogen hast. Alles ist cool. Machst du so. Also ich muss immer meine Karte raus. Echt? Aber ich habe auch extra. Aber ich dachte, okay, das war nicht an sich. Soll ich ein Neues nehmen? Nein. Nein. Also ich muss wieder. Ja, du musst Zeit machen. Du bist ja Zeithüter. Okay. Okay. Drei, zwei, eins, go. Ja. Schreiben. Ja. Schreib Stärke. Schreib Kraft. Perfekt. Was? Ähm. Ich weiß nicht, wie heißt das? Ich kenne mich mit Gymnastik-Sachen nicht aus. Ich weiß leider nicht, wie der Scheiß heißt. Irgendwas? Meinst du Touren? Gymnastik? Touren? Zwei ist Touren. Und eins? Ja, dann wissen wir mal. Okay. Ja. Bett. Boden. Bodentouren. Ja. Äh. Okay. Nächstes. Was? Kampf. Schlagen. Schlagen. Boxen. Ja. What the fuck ist das denn? Tier? Vogel? Ne, was weißt du, was zum Teufel machst du da? Äh, Kampf? Ne, äh, Hund? Hund? Schattenboxen. Ja! Perfekt! Boah, das war richtig knapp. Ja. Wir können auch raus, als... Oder so. Ich dachte mir erst so, ey, was mit dem Schweigen? Ah, Moment. Das hab ich echt am Anfang nicht gecheckt. Aber sehr gut. Oh, ey, Körper... Das ist bei Bodo. Ich hab mir gesagt, weh jetzt. Ich glaub ich war einer Kerze, ey. Aua. Zwei, drei, vier. Nicht schlecht. Sehr gut, Jay. Ja, dann machen wir. Yes! Nicht extrem Pantomime. Oh, ja, Mann, diese Scheiße. Pantomime, ey. So, die gucken wir mal, ob das Handy noch an ist. Sehr gut. Ja, du machst das? Alles klar. Muss du sitzen, willst du stehen? Ich kann sitzen. Wie du magst. Wie du das besser klären kannst. Du kannst auch so mal sitzen, nur auf deiner Hände. Ich durfte hier nicht drauf zeigen. Sehr gespannt. Du musst dich halt so eine Sache machen. Ja, genau. Äh, oder darf ich mich besser hinstellen? Ich glaub, ich stell mich besser hin. Also ich stell mich auch lieber hin, tatsächlich. Ja, und stellen ist irgendwie besser, so. Du kannst ja mit allen Körperöffnungen arbeiten. Ja, genau. Okay, drei, zwei, eins, go! Zwei Wörter. Zweites Wort. Klein. Hund. Erstes Wort. Äh, Arm-Links-Hund? Nee, äh, 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 verdammt, ja, äh. Okay. Äh, äh, äh. Blut. 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 Äh, äh. Was? Du mein Dritter. Ja, das ist genauso. Ähm. Zweites Wort. Zwei Wörter. Erstes Wort. Nimm es halt auf. Ähm, ne Blume. Äh, ne Kleblatt. Klee-Wunsch, Kleblatt-Wunsch, äh, einfach nur ein Wunsch. Kleblatt ist zweites Wort. Okay. Erstes Wort. Vierblättiges, vierblättiges Kleblatt. Hm. Hör vorbei. Glücks-Klee. Glücks-Klee. Das nächste wäre, das nächste wäre Falsch-Spieler gewesen. Ah. Okay. Na gut, aber ein Punkt immerhin. Wo sind wir okay? Ja. Wie machst du Glück? Glück, äh, ich fand das schon sehr gut. Also Glück war ich schon bei. Ja. Also dadurch, dass du so... Oh. Was ist das so? Genau, der Finale. War schon Glück. Falsch-Spieler hin. Allerdings Glücks-Kleeblatt... Wusste ich nicht. Also das hat für mich keinen Sinn ergeben. Glücks-Klee ist dann schon wieder schwieriger. Nur auf dich selber darfst du. Okay. Aber er ist auch gleich. Der ist schon wieder dran, oder? Ja. Jetzt geht dir zack, zack, zack. Ist extrem pedag. Oh, ich muss zeichnen. Das freut mich immer. Ja. Hast du das gerade weggeschmissen? Ja, das ist ein guter Zeichner. Okay. Ja, der kann falsch immer bezeichnen. Warte, ich mach's mal. Der muss ja nicht Quatsch machen. Ist ja nicht mal extrem. Soll ich es richtig ummachen? Nein, nein. Wollte ich mir aufhalten. Das geht aber jetzt erstaunlich schnell mit der Kamera, Sepp. Also mit dem Fokus. Ist gut. Ready? Ready. 3, 2, 1, klick. Anzug, Kleid, Brautkleid. Hosen, Hosen, Hosen. Wie heißt denn der Scheiß? Ja, wie heißt denn der Scheiß? Okay. Hosenträger. Kannst du einfach mal nachdenken. Schaffner. Schürze? Schürzenjäger? Nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein Zaun? Wie viele sind das? Achso, das ist ein anderes Wort. Zaun, Zaunkönig. Ja. Ja. Schürze, Hemd, Metzger. Achso, das untere. Ja, warte, Hand, Baum, Baumstamm. Stammbaum. Ja, sehr gut. Jetzt hast du noch hier quasi. Was könnte das sein? Latzhose. Ach, Latzhose. Das ist ein Kleid. Du musst dir das auch wie eine Hose malen und nicht wie ein Kleid. Mr. Latzhose. Ich wusste tatsächlich, was du gemeint hast, aber ich weiß nicht, wie dir das übermeint. Ich hätte nicht gewusst, wie ein Hals. Ja, das wäre zum Beispiel schon mal sehr hilfreicher gewesen. Okay, das ist das Schürze. Wenn das linke, den ich weiterhilfe, hätte das rechte, den weiterhilfe. Ich habe da halt Metzger gesagt, weil ich halt oben nochmal nachgedacht habe. Okay, das habe ich dran, oder? Gibt es etwas weiter? Ne, geht nicht. Zwei Punkte, ja. Das ist gut. Ach, Zeichnen. Für mich kannst du ja die andere Seite nehmen. Ganz normal? Ganz normal zeichnen. Ohne Zubrecher, dann werde ich in diesen Apfel. Den haben wir rausgemischt. Und drei, zwei, eins, go. Das ist schon wieder ein Männchen. Zehn. Fuß. Fußball. 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 Was? Freistoß? Ne. Fußnote. Ja. Blumen, Rauchen, Zigarette, Zigarre. Okay. Zigarrenkoffer. Was? Zigarrenladen. Zigarren... Was ist das? Zigarrentasche. Was? Was ist das denn? Rauchtasche? Ne. Auch geil. Alles vorbei. Schachtel? Ne, Kiste. Zigarrenkiste. Oh nein. Boxkiste? Irgendwie so. Oh nein. Oh nein. Ja, warteix. Fußnote haben wir. Ach, scheiße. Fußnote haben wir. Ach, scheiße. Fußnote haben wir eine Kiste. Ich musste nicht mehr wie bei Notenschlüsseln machen. Da habe ich ein Donnerzeichen gemacht. Ja, richtig. So ein Scheiß. Oh, ich darf malen. Oh, okay. Was soll malen? Das ist gerade malen am Stüssel hier. Ach so. Sorry. Stell dir das mal irgendwo so hin, dass du das sehen kannst, aber ich nicht. Hast du? Ja. Ach so, dann muss er zeichnen. Ist aber weit weg. Okay. Ja, gut. Einmal um die Ecke. Da ist Papier. Ich rauch keine. Also hier Zigarren habe ich nichts mit am Brut. Gut. Ready? Fuck. Drei, zwei, eins, go. Bart. Bart. Ja, Barthaar. Barthaare. Bart ist eins. Nee, Bart ist zwei. Bartbauch. Bart dick. Bart... Geht's um Nikolaus oder sowas in die Richtung? Oder ist Bart die zwei? Dickbart. Bauchbart. Sonne. Sonnenhaar. Sonnenkrone. Sonnenkönig. Ja. Fettbart. Dickbart. Berg. Toblerone. Höhle. What the fuck ist das? Ach so, Elefant. Elefantenhöhle. Elefantenkäfig. Elefanten... Wo ist denn der Scheiß? Flohzirkus. Aber das war halt noch nicht. Also das war erstmal für Zirkus. Sonnenkönig richtig. Vollbart. Ach, Vollbart. Okay, alles klar. Leeres Glas, volles Glas, fein, volles Glas. Ja, mach mich doch nicht... Ich hab zum ersten Mal gemalt. Nee, 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 das ist ja... Du merkst schon weniger, weniger Dreier jetzt insgesamt bei dieser Teamzusammenstellung. Ist ja egal. So, komm ich zum nächsten. Einspielen. Es ist Pantomime normal. Okay. Heute sind wir echt nur Activity. Ja, ohne Witz. Nicht Extreme. Ohne Extreme. Wir haben die rausgenommen extra, damit Peter ähm... Mitspielt. Ganz so fettig ist. Ja, genau. Peter sagt, naja, das ist nur noch kein Extreme mehr. Müge. Das ist nur noch kein Extreme. Ich bin der Teamman. Lügt mich hier schlecht. Lügt mich hier schlecht. Ich habe Ideen. Hast du auch Wahnsinn? Ich kann nicht umsetzen. Äh... Wirst du ready? Ja. Dann 3, 2, 1... Go. Schreiben. Schaben. Schleifen. Polieren. Nicht schreiben. Doch schreiben. Notizen. Ah, Radiobomi. Ja. Oh, nass. Bauchfett... Fettpolster. Okay, zweites Wort ist Fett. Erstes Wort ist Fett. Fettauge? Ja. Servus. Spion? Politiker? Anwalt? Scheiße. Diktiergerät? Ja. Loy. Okay, cool. Alles klar. Diktiergerät fand ich schlecht. Also, pff. Direkt mal viel Pute da rausgehauen, die Schweine. 1, 2, 3. Okay, du machst das jetzt. Hier läuft der Teile aus. Rattiergummi und Diktiergerät hast du schon echt gut erraten. Das muss man mal sagen. Fand ich gut erklärt. Fand ich mega einleuchtend. Guter jetzt noch aufhören. Okay, ich lass auch wieder nicht extrem und darf Pantomile machen. Ja, das ist ja klar. Weil wir die Extrem wäre rausgemacht. Das ist echt ein bisschen schade. Pantomile ist doch ganz süß. Okay. Reinbekommen, ne? Darf ich jetzt mal gucken? Nein, darfst du nicht. Ich bin fertig. 3, 2, 1, go! Baseball? Schläger? Zacken? Fliegenklatsche? Hä? Schwert? Schwert. Schwertschlag. Schwert hieb. Schwertschlucker. Stier. Hörner. Teufel. Hä? Katze? Katzenauge. Und? Hatten von mir geklaut. Torwart Oliver Kahn. Torwart? Tor? Bart? Bart? Pimmel? Wat? Torwart? Wat? Torwart? Wat? Torfrau? Frau Tor? Wat? Wat ist dat? Schwanger? Ja, mach doch mal. Frau. Schwanger? Wat? Schwanger. Aus. Mich, Frau. Das Gegenteil. Mann. Tormann. Ach, Tor... Nein. Du hast immer so... Dann hast du Torfrau gesagt. Und dann hab ich... Ach. Das Gegenteil. Schwanger. Schwager. Schwanger. 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 Fünf Jürgen. Fünf Jürgen. Okay, wir klappt zwei, wa? Ahhhh. Cool, dann... Schmeide. Von dem Start. Scheiße. Zwei. Aber ja, dann war es mal gut. Was hattet ihr denn jetzt für Griffe? Torwart? Katzenauge. Boah. War er dritter? Jetzt vergesst du den Schwertvergang. Alter. Du meinst halt mit der Fliegenklatsche. Das war echt mal eine Spitze. Ja, das... Das konnten wir schlecht... Ich hab ja schlecht erkannt, dass das eine Spitze... War das für ein Normalpantomino? Klappt sonst. Ach, Christian, wir holen keiner rein. Wird die sortiert, ihr? Oder so? Wir holen keiner rein. Wir holen keiner rein. Ja, manche sind echt schwierig, finde ich. Okay, drei, zwei, eins, go. Bauch. Dick. Fett. Nicht dick, sondern dünn. Dünn... Milch. Haarmilch. Fettarme Milch. Fettarme Haarmilch. Fettarme Haarmilch. Dünnmilch? Nee, was gibt's denn da noch? Dünne Milch. Milch dünn. Joghurt. Was ist denn dünne Milch? Fettarme Milch. Fett... Nee. Fettlose Milch. Ähm... Was ist denn fettlose Milch? Ich weiß es nicht. Du musst dich anwählen. Ähm... Ja, ich weiß. Ich überlege ja nur. Ähm... Fettarme... Erstes Wort. Penis. Vorhaut. Was? Essen. Äh... Esshaut. Ähm... Vorhaut... Nee. Beißhaut? Nee. Bisshaut. Esshaut. Zahnhaut. Kauhaut. Vorbei. Das wäre... Wursthaut gewesen. Mir fing gar keine schnellere Bezeichnung an, um meinen Würstchen zu zeigen. Wursthaut? 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 Oder darüber Magermilch? Na... Ooooooh! Mager ist aber auch... Wie würdest du das sonst darstellen? Ja und Wursthaut kann man Wursthaut sein sollen. Ich hätte... Ich hätte tatsächlich... Nur damit... Für Verständnis... Ich hätte auf den Magen gezeigt, beziehungsweise das zu realisieren, und hätte dann den gemacht. Sag der für ihn Mager? Ähnlich wie Magen. Magen-Mager. Das ist... Du wirst, dass das so ähnlich bedeutet. Das ist ab jetzt für mich so ähnlich. Okay, gut. Weil ich hätte gedacht, Schaukel? Nein, nein. Das ist ab jetzt für mich so ähnlich. Mager-Milch. Mager-Milch. Ja? Na egal. Mager-Milch. 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 Das stimmt. Was sonst? Was sonst? Das kann er nicht. Die stehen jetzt durch. Aber nicht die unteren Karten. Scheint schwierig zu sein. Da ist wieder das Gesicht, weil ich gepostet habe. Okay. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Ja. Klein. Winzig. Nagel. Reinstecken. What the fuck? Festhängen. Drücken. What the fuck? Äh, quasi pressen. Drücken. Ist das ein Begriff dafür? Fingern? Okay. 2 ist Tritt. Tritt. Äh, Fußball. Was macht man denn sonst? Passen? Pass? Pass. Okay. Alles klar. Und die 1 ist? Engpass. Ähm. Fuß. Fußhaut. Fußreibe. Was macht der denn da? Fuß. Äh. Fußreibe. Was macht der da? Fuß, Fuß, ähm. Rasierer? Nee. Fuß, ähm. Was machst du da? Ähm. An deiner ganzen Haut abreiben. Was macht man da? Fußreibe. Nee. Hauss. Fußabstreifer. Fußabstreifer. Natürlich. Sicher. Fußabstreifer. 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 Du darfst, mein lieber Herr. So, da ich sie gerade durchgemischt habe, kriege ich jetzt natürlich eine... Das kann doch nicht sein. Da sind nur Pantomime-Karten drin. Da sind echt nur Pantomime-Karten drin. Ja, Pantomime. Boah, jetzt kriegen... Nee. Jetzt kriegen wir nur noch Pantomime-Karten. Meinst du, da und da ist nur Pantomime drin? Ja. Aber wenn da vorher auch nur Pantomime drin war, habe ich jetzt die Chance, ob Pantomime gar nicht Sprechen hat. Und auch nicht erhöht. Das stimmt. Bleib bei 100 Prozent. Ja. Okay. Achso, Zeit. Drei, zwei, eins, go. Zwei Wörter, erstes Wort. Schütteln. Würfeln. Würfelbecher. Ja. Zwei Wörter, erstes Wort. Augen zu halten, verstecken. Blind. Zweites Wort. Blindflug. Ja. Sehr gut. Zwei Wörter. Ja. Zweites Wort. Beten. Erstes Wort. Äh. Beichtstuhl. Scheiße. Geht's um Beten. Beten ist das zweite Wort fix. Ja? Okay. Äh. Scheiße. Äh. Stoßgebet. Ne. Stoßgebet. Throngebet. Sitzgebet. Bankgebet. Äh. Äh. Scheiße. Altargebet. Ich weiß es nicht. Fuck. Ähm. Boah. Scheiße. Altar. Tischgebet. Ja. Tischgebet. Oh mein Gott. Sehr gut. Alter. Nicht schlecht. Aber die Wörter waren jetzt auch nicht so schwer. Das war cool. Boah. Beim letzten Mal war ich echt schon so. Also schon wieder überholt. Gebet war stark. Also Blindflug oder so ist halt leichter als Kuhhandel. Weißt du. Ja. Davor war der Pfaden im Haar nicht. Ich bin dran oder? Hahaha.